Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf den Marsch. Wir arbeiten jetzt noch auf den Feld 2 ab. Auf der ehemaligen Wiese 27 wird gefügt, da sind noch Restarbeiten, aber das ist auch ein Arbeitsaufwand, da sind noch ein kurzer Enkelkampf. Der Rest ist voll und da kann ich noch mehr in den Leeren. Hier werden wir später noch Kalken. Das ist eine Brücke. Das ist eine Brücke. So, Zahle. Da habe ich hier ruinieren. So eine Welt. Hallo! Eine Stunde Arbeit. 3000? Wer zahlt dann sowas? So. So. Große Farbe in den Monnen, in den Grün. Aber ich denke mal noch halt, dass es da schon eine andere Extra gibt. So. 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 klammerleih im silo ein geht es gut voran Da denke ich mir fast voll der Wagen. Wollen wir mal schauen. Da oben hat er sich versteckt. Geht halt gleich dahin. Fruchtzerstörung. Hat mich früher nicht interessiert, da bin ich durchgefahren. Aber heute ist der Prozessor nicht so stark belastet. Das ist komisch. Die Karte ist schon mit über 80%. Toll. Die Karte braucht ein bisschen. Die Karte ist schreit. Die Karte ist eine sehr gute Drücke. Die Karte ist in der nächsten Fläche. Das lässt sich regelmäßig durchgefahren. 30 HPS, 60er, frucht, keine frucht, rechts, wird frucht, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 3 Kaffee, hat er wohl auch gut. So, auch ne Weile. Das tut so komisch aus, ganz ganz komisch. Ob er versprommen ist, so arschlich, meine Brille auf habe oder nicht. Das Mond. Wollte mal sagen. Beim Mond hast du eine ganz komische. Ganz schlimm. Mach mir nicht viel Kopfweh. So, was war die Ergebnisse hier? Zeit, Zeit und Lächeln. Der Junge ist fertig. Entlassen. Dann können wir ihn waschen und wegstellen. Dann haben wir alles gedüngt. Das ist super. Geschafft. Dann. Mal sehen. Da noch Unkraut kommt. Feld 1. 1 liegt da schon fertig. Feld 2 auch nicht. 3. Feld 2. 15. 6. 5. 6. 10. 15. 21. それ Children. 25. 22. 22. 24. 23. 25. 24. Jetzt haben wir den Durchblick, den Wickel hier fast voll. Jetzt haben wir wieder Garage rein. Unterführung. Rückwärts fahren, abhängen, ein Stückchen vorfahren, ausschalten. Den werden wir auf den Weg stellen. N. Decken zu. Noch mal waschen. Aber jetzt sind wir ja klar. Wenn der mal fertig ist. Ja, wieder mal ein Ende. So, dann können wir weg. Zwei. Drei Hänge. Drei. 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 Vielen Dank. So, kann er wieder arbeiten? Mal schauen, wo er mit dem Pflügen ist. Ja, das sieht gut aus, fährt im Kreis. Hier sind wir rausgeflogen. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Gut, stücken wir gleich mal selber. Das war noch nicht okay. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist ja weg. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, da haben wir das Pflügen auch geschafft. Muss ja nicht perfekt sein. Aber halt schön. Schön wär's. Also ich würde den Dropschub mir kaufen und wegreißen. Ja. 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 Klar. Ja. Pfüpfel phenomena. Ja. Ja. Der Dingel ist voll. Nehmen wir mal den Helfer. So, wo ist er? Hinter mir. Ich bin gespannt, ob wir jetzt losfahren. Wir sind wie rabiat. Das Rohr ist ja riesengroß. Ja, fährt nicht los. Ist gut. Das wäre total unsinnig. Wie gesagt, die Frucht bricht die ganze FPS ein. Zeit. 15. Aus. Zum Flügen gehen. Beide Bahnen noch. Fertig. Dann machen wir jetzt gleich die Aussaat fertig. Trikale. Ich hoffe, dass wir Glück haben. Ich werde mal auf C gehen. Ich bin gespannt, was vom Kurs er euch berechnet. Und zwar 27. Einige. 1. Engelsfeld. Zu Seiten. Automatisch. Weich. Da kommt er nicht mehr klar. Das sieht gut aus. Ich hoffe jedenfalls. Ich bin im Wenderradius wegen hier. Drüben stehen Bäume, das ist mir so ideal. Der fährt schon mal. Na, wir brauchen zum Wenden. Na, hier. Wo er nicht klarkommt. Oh. Durchdrehen in der Reihe. Ich gehe auch gleich durch. Die rote. Die rote. Der ressort. Ja. Das ist schwer. Ich bin drüben. Die rote. Das ist sehr. So liebe Freunde, das geht ja weiter in der nächsten Folge, ich sag mal tschüss und winke winke, ich hoffe es hat euch gefallen, ich würde mich freuen über ein Like oder ein Abo, ich sag schon mal Danke, dann sag ich dann mal goodbye und winke winke, bis dann, tschaui.